guten morgen ihr lieben wir sind am rettenbach ferner auf 2790 metern im ötztal ein riesiges skigebiet mit mega vielen schleppliften nichtsdestotrotz soll dieses gebiet uns hier einen wunderschönen gipfel bieten nämlich den 3032 meter hohen poliskogel auch den blitz gipfel der ötztaler alpen genannt denn man erreicht ihn in wenn man schnell ist 45 minuten ob das wirklich der fall ist und ob uns das doch recht instabile wetter mit dem gestrigen regen und den aufziehenden wolken uns diesen gipfelsieg ermöglicht das finden wir jetzt einfach raus folgt uns einfach so 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 so